Es gibt Momente, in denen wir alle dasselbe brauchen. Jemanden, auf den wir zählen können. Der uns unterstützt. Ob als Patient, als Familienmitglied oder als Mitarbeitende, beim Betreten dieser Räume taucht man in eine wohltuende Atmosphäre ein. Hier kümmern wir uns um die Menschen mit einer tieferen und umfassenderen Auffassung von Wohlbefinden. Es geht nicht rein um Gesundheit. Wir tun mehr als das. Wenn eine Person schlägt, hat man besser die Gegenwart. Das ist die kleine Dinge, die sich in Hause fühlen, die sich in Hause fühlen. Die Schock-Room-Auskern kann uns noch stärker werden, Das macht das Bozner Krankenhaus zu einem der modernsten chirurgischen Zentren Europas. Dank der Filter der letzten Generation sind wir dazu in der Lage, eine saubere Luft in der gesamten Klinik zu garantieren. Abbiamo un sistema ambulatoriale pensato per evitare code e assembramenti con percorsi che facilitano l'accessibilità dei pazienti. In dieser Intensivstation kümmern wir uns um die Patienten mit modernsten Instrumenten und Technologien. Wie die zwei ECMO-Geräte für die Extracorporale Sauerstoffanreicherung des Blutes. La completa digitalizzazione del processo di sterilizzazione aiuta noi operatori, garantendo un procedimento e un prodotto finale estremamente controllato in ogni passaggio. Hier in der Notaufnahme muss man immer einsatzbereit sein. In den drei Schockräumen, ausgestattet mit den neuesten Technologien, können wir die Behandlung von zeitkritischen Notfällen noch schneller abwickeln. Ogni giorno centinaia di persone arrivano qui alla ricerca del nostro aiuto. Il nostro lavoro è prenderci cura di loro. E non immagino un posto migliore dove potrei farlo. E non immagino un posto migliore dove potrei farlo. Vielen Dank.